So, willkommen zurück bei Siedler 1 Mission 22. So, was müssen wir überhaupt heute machen? Wir müssen gucken, dass das hier mal fertig wird. Das geht, glaube ich, schon ein paar Parts so, dass es hier so lang geht, weil hier wird es nämlich immer enger. Ich sag, das ist weiter weg als das. Ich hoffe, ich habe recht. Also rein vorm Sehen her könnte es passen, also dass es weiter weg ist. Aber dann lassen wir uns mal überraschen, wenn sie fertig sind, weil die sind garantiert schneller fertig als mir. Garantiert, garantiert. Oh, da unten sieht es gut aus. Da können wir jetzt bald wieder Häuschen bauen. Und zwar hier einmal ein Wachhäuschen nach unten. So. Dann können wir nämlich hier mal in die Richtung gehen. Was wir nicht schaffen werden, weil die sind schneller. Wie viel Baumaterial? Ganz viel. Ist der Baumflutscher da? Ja. Warum pflanzt er nichts? Na, sowas. Okay, da tragen sie das Holz da rüber. Warum auch immer. Warum tut ihr das? Wollt ihr das erst fertig machen hier, ne? Klar. Bringt es doch einfach irgendwo anders hin, aber nicht da hin. Guck mal, hier zwei. Holst ihr? Holst ihr? Holst ihr? Holst ihr? Hm. Darunter. Ich brauch's da unten. Los. Scheiße. Vielleicht will man über den Berg gehen. Direkt da rüber. Bringt bestimmt nichts. Die bringen's jetzt erstmal da hoch. Die werden jetzt bestimmt hier irgendwas bauen. So ein Steinmetz oder hier so ein Holzfäller oder so ein Scheiß. Einfach zu viel Bauprojekte jetzt grad. Jetzt wird's nur noch fehlen, dass sie uns angreifen. Das wär doch jetzt die Krönung, oder? Oh, sechs Leutnants. Wir lassen spazieren. Hat's geklappt? Ja. So, dann machen wir nämlich voll hier, weil... ...dürft eigentlich passen. So. Wie stehen wir? 26% Moral haben wir. Soldaten haben wir grad eher weniger. Wo wir unterwegs sind. Hey, sag mal, das gibt's doch nicht. Die sind bestimmt bald fertig. Die kriegen schon Baumaterial. Guck mal, wie viele Minen die haben. Guck mal, was die alles haben hier. Boah, die backen schon. Die haben schon... Die haben alles. Die haben alles. Ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts. Nix, nix, nada. Null. Aaaaaaah. Und mir geht bald das Eisen aus. Oh nein. Gibt den nicht. Haben wir noch im Lager. Im Lager haben wir noch. Gut. So, was macht ihr mit dem Stein? Ihr sollt... Ich bezweifle es, dass ich heute noch irgendwie Holz bekomme oder so. Ich seh hier nirgends ein Brett. Nicht ein einziges. Mami. So ein Scheiß. So, die laufen schön motiviert zurück. Null. Ah, toll. Ah, wenigstens hier unten. Und hier bekomme ich bestimmt auch wieder einen, oder? 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 Ja. Da kommt nämlich schon noch. Ah, sehr schön. Ha! Ihr Wichser. Eigentlich könnte ich euch angreifen und das hier einnehmen. Nee, kann ich nicht. Ich hab zu wenig Soldaten. Hier unten. Nachteil. Immer diese Soldaten Nachteil. Statistik sagt Scheiße. Okay, wir sind da was gestiegen. Er ist etwas gesunken. Warum? Häuser ist eher gesunken. Ich bin gestiegen. Militär habe ich ihn schon etwas weiter überholt. Deswegen habe ich auch meine Ruhe. Bis jetzt. Gold haben wir immer noch keins gefunden. Ich bezweifle, dass es auf der Karte überhaupt Gold gibt. Das ist sein Gebiet. Hier ist meins. Ich kann ja mal hier entlang gehen. So. Einfach mal neugierhalber. Ein bisschen was ab. Ernten hier. Gehen wir mal hier durch. Jetzt setzen wir noch ein paar Fähnchen. Hier durch. Schicken wir mal ein paar Geologen raus. Und dir reicht das? Ja, wird schon reichen. Vielleicht haben wir Glück und es gibt noch irgendwo einen kleinen Krümel, Gold. Also wenn wir das finden würden, dann würde ich sofort alles einstellen hier. Die ganzen Kack-Baustellen, wo nichts geht. Eher nur, dass ich das Gold abbauen kann. Okay, ich finde es ja super, dass ihr das da oben investiert in die Gebäude. Aber hier unten wäre es wichtiger. Oh, voll mit Leutnants. Hier auch fast. Da haben wir. Immer wieder gucken. Immer wieder gucken. Ein. Wo ist denn jetzt der scheiß Hauptmann hin? Irgendwo haben wir doch einen Hauptmann. Wo ist der? Da hockt er. Da drin hockt er. Echt jetzt. Können wir mit dem angreifen? Nee, können wir nicht. Scheiße. Doch, hier oben. Aber ich will den jetzt nicht verheizen. Hier könnte man angreifen. Nein, das können wir nicht. Ich könnte, aber ich will nicht. Ich will den nicht riskieren. Ich will den nicht opfern. Muss ja nicht sein. Jetzt fehlt es eigentlich nur noch am Holz. Wirklich, ohne Scheiß. Wohin geht denn der? Ach, fehlt jetzt. Nee. Wir haben doch hier lauter Träger, oder? Ach, da wird hier noch ein Träger. Zu wenig. Klar. Okay, er nimmt gleich mit. Sehr gut. Hier unten kriegen wir nämlich nichts. Nein! Er baut fertig. Arschloch. Oh, nein. Titte. Aber ich glaube nicht, dass der es schafft, oder? Nein, der wird eher so bis hier. Dem Radius. Guck mal, das ist ja. Land verloren. Hat sie es gemacht? Irgendwas? Nö. Er könnte jetzt meine Burg angreifen. Ja. Er könnte meine Festung angreifen. Ich hoffe, dass es hier hinten irgendwas gibt. So, Holz haben sie hier genug. Für die Projekte hier oben. Ah, es kommt mal was in die Richtung. Das bedeutet, es geht hier unten weiter. Ah, heilige Scheiße. Ja, aber bestimmt bin ich zu lahmarschig. Bestimmt schafft er das noch. Nein, das schafft er nicht. Der nimmt mein Gebäude nicht ein. Nein. Nein. Ich bete. Also, erst mal die Kehle gespült. Der produziert wieder. Gibt wieder was zu fressen. Der auch. Nee, echt jetzt. Also, das bedeutet, ja. Er schmelzt wieder. Und er produziert wieder. Und es gibt wieder Waffen und neue Soldaten. Deswegen. Zack. Wieder laufen lassen. Ihr braucht nicht raus. Na gut, ist ja auch egal. Da werden sie dann nochmal vermischt. Ist ja kein Fehler. So, ihr bekommt alle Holz. Aber irgendwie kann keiner fertig bauen, oder? Verstehe ich das gerade richtig? Da kriegt man ja Depressionen. Aber wenigstens bekommt ihr Holz. Oder auch nicht. Angreifen tut er nicht. Nö. Traut er sich nicht. Sehr schön. Würde ich mir auch nicht empfehlen, Alter. Da geht es gerade voll ab hier auf meiner Karte. Den würde ich wahrscheinlich unterwegs erst mal wegmetzeln. So. Wieso sind sie hier nicht raus? Die wollen nicht. Die streiken. Ich glaube, die haben genug Holz bekommen hier oben, oder? Habe ich überhaupt genug Äxte? Oh je. Nein! Nur noch eine. Oh, scheiße. Ich muss Äxte produzieren. Ne, mache ich jetzt nicht. Keine Zeit. Ich habe kein Eisen für sowas übrig. Das muss jetzt erstmal reichen. Okay. Hier ist ja eine. So, der kriegt auch Holz. Ach, nö. Ah, dann wird das auch mal fertig da oben. Denn, d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Komm, bringt dem mal was. Bitte. Oh, jetzt wird es. Jetzt, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wird er mein Reich hier platt machen, oder wird es nicht schaffen? Also, ich sage hoffentlich nicht. Es ist auch von den Bergen her, von der Landschaft her geht es hier etwas hoch. Das bremst das Ganze ein bisschen. Und hier war ja auch noch ein Hügel. Und ich glaube auch nicht, dass es so weit gehen wird. Also, jetzt bin ich mal gespannt. Wäre natürlich geil, wenn es stehen bleiben würde. Weil das ist auch ein großer Materialverlust. Material, wo wir woanders brauchen hätten können, dann. In dem, in dem Sinn. Da oben wird es hoffentlich auch nicht so weit gehen. Ah. Nein. Nein. Ah, das hat wehgetan. Ich habe noch spekuliert und habe gedacht... Ah. Hei, 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 hei. Ah, das darf nicht wahr sein. Solche kleine Wichser, ey. Entschuldigung. Das musste ich jetzt aber sagen. Das sind doch Runde, Mann. Boah. Okay, wir bauen nur Normales. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ah. Eine Sorge weniger. Also, das ist unten schon mal erledigt. Dafür wird es hier oben klappen. Eija, da drücken wir sie weg, die Schweine. Da haben wir eine Festung und dann können wir von dort oben alles zerstören. Wir werden es schon noch sehen, ey. Ich räche mich noch. Das hat bestimmt voll wehgetan. Klar, ich habe verloren. Land, die haben gewonnen. Gebäudetechnisch hat sich nichts verändert. Aber ich bin immer noch besser. Militärisch gesehen habe ich noch die bessere Militär. Können wir hier auch noch was bauen? So was? Ah ja, guck. Wir werden trotzdem hier unten zumachen. Scheiße, dass wir hier unten zumachen. Können können. Jetzt hier hilft nur noch Ei nehmen. Wie viele Träger haben sie hier? Seht ihr, das meine ich. Deswegen mache ich keine Fähnchen. Da haben sie mich viel, viel mehr Träger. So. Die ist auch fertig. Da ist sogar schon einer drin. Der wird hoffentlich bald anfangen mit Fällen. So, dann geht es wenigstens hier weiter. Der picket hier auch noch alles ab. Wie viele Träger. Unglaublich. Ah, da oben ist ein Gebäude fertig. Und es kommt schon... Oh, ein Hauptmann. Haha. Yes. Züchter. Ich züchte die Teile, Mann. Hahaha. Also Crap kommt bei mir jetzt keiner mehr. Ich habe gelernt, ne? Ich habe zwar 21 Missionen gebraucht, aber ich habe es gelernt, wie man jetzt richtig die Militär ausbildet. Ha. Da kann man sich noch eine Scheibe abschneiden, ey. 21 Missionen und 300... Über 300 Parts. Habe ich gebraucht. Ups. Egal. So. Jetzt macht man hier fertig. Was eiert ihr hier so lange rum, ey? Guck mal hier, ich habe so viel Scheiße gebaut, dass die gar keinen Platz mehr haben hier für irgendwas anderes. Na gut, wenn der Steinmetz, dann fällt der mal weg noch. Und den Weg könnte man eigentlich auch ersparen hier. Sonst haben wir hier nämlich kein Feld. So. Kein Platz. Gebäude besetzt. Mit einem Leutnant, Hauptmann und Leutnant. Haha. Arschloch. Und wie sieht es bei dir aus? 90% da hinten. Gar nichts gefunden. Überhaupt nichts. Scheiße. Probieren wir uns noch weiter hinten. So, machen wir hier nochmal ein Fähnchen dazwischen. Hier vielleicht auch noch eins. So, schicken wir hier nochmal ein Geologen raus. Versuchen wir es nochmal. Bisschen weiter hinten. Irgendwann wird es nochmal klappen, oder? Hier fehlt uns noch ein Baumeister. Hey, schick mal einen hier runter. Und hier fehlt noch Holz. Bringen sie gerade, oder? Na, wenigstens ist mal das, der, die, die scheiß, äh, Dinge höher weg. Die Steine bald. Und hier, prima, echt. Scheiße. Da kommt ein Baumeister. So, mach ich gerade angreifen, die Säcke, Mann. Zweimal Leutnant. Kriegen wir nochmal ein? Ne, scheiße. Ist gerade etwas weniger geworden. Wohin geht der jetzt? Wo fehlt einer? Haben wir was fertig? Nö, also das braucht ja noch eine Weile, so wie es aussieht hier. Komisch, dass der das hier nicht holt. Ging's doch mal zum Segen, Alter. Baum Clutch auch schon da? Ja. So, jetzt gibt der noch ein Holz, also halt der hier ein Holz, dann geht der Rest an den hier. Und dann wird mal das Gebäude befüllt. Und dann werden die Gegner mal sehen, was dann passiert mit denen. Dann zerfetze ich sie nämlich. Aber jetzt machen wir erstmal noch eine Goldkontrolle. Eine Goldkontrolle. Und die sieht bis jetzt noch gut aus. Die haben noch nichts gefunden. Genauso wie ich, ich befürchte, dass es hier gar kein Gold gibt. Und dann sehen wir uns... Oh, Moment. Militärkontrolle machen wir auch noch. Nö, ist nix. Keine Militärbewegung in meine Richtung. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bleib dran. Ciao.